Tschüss und hallo zu den Leuten. Hey Leute, was geht ab? Wir machen heute ein krasses YouTube-Video. Ich habe ja ein Tattoo von BK bekommen letzte Woche, ich kann es euch nochmal zeigen. Keine Ahnung, ob man das jetzt gesehen hat. Keines Dankeschön habe ich ihm ein Geschenk bestellt. Und jetzt habe ich ihm von Supreme so ein Pro Feuerzeug bestellt. Wow. Hier. Da ist noch so eine Kette dabei. Jetzt sind wir auf der Quest, BK zu finden. Erstmal muss ich vielleicht Stefan finden, dass er das ganze filmt. Stefan, ich habe eine Aufgabe für dich. Sag mal hallo. Nein. Ich habe ein Präsent für dich, um das Tattoo zu sagen. Hier. Oh, was ist das? Es ist ein Präsent für das Tattoo. Oh. Um zu sagen, danke. Danke. Danke so. Oh, shit. Wow, er hat es eigentlich gewonnen. Wirklich? Oh, ich bin so glücklich. Danke. 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 Du hast Dennis Weisheit letztmal rausgeschnitten. Ich finde, er hat verdient, nochmal eine Weisheit zu sagen. Kein Jäckchen ist so warm wie das Konjäckchen. Oh, voll der Dad-Joke. Ich bin ja auch Dad. Ah, sieh das. Wenn du schon da bist, hast du eine Weisheit für uns. Du brauchst nur in den Spiegel zu gucken, dann hast du eine Weisheit. Das war die Weisheit des Tages. Vielen Dank. Ich muss kurz Hallo sagen. Hallo. Ich bin eigentlich aus München. Cecilia ist von unserem Studio in München, Panoparie. Sie ist wie Tammy, nur in München. Komm schon, Jack. Du gehst zu Mellenstall, das ist ein Flashmob. Wenn du Mellen mittanzt, dann ist sie happy. Was hast du das? Das war safe, du. Mit was denn? Sogar noch falsch geschrieben. Wer hat mich mit zwei R geschrieben, ey? Mary Sting. Tammy weißt, wie man mich schreibt. Du weißt auch, wie man mich schreibt. Cecilia weiß auch, wie man mich schreibt. Mit Sicherheit war's. Nein. Ich hab gar nichts gemacht. Wieso streikt die deutsche Wahn über den Muttertag? Danke, ich lieb's ja nicht. Ich aufrege. Mir hat noch jemand eine Kamera ins Gesicht hält. Hallo. Ist eine neue Woche. Ich geh hier schon richtig chaotisch los. Willst du meinen Intro nicht machen? Silas, ich hab grad schon, ich wollt anfangen. Silas läuft draußen und sagt, hi Mary, komische Schuhe. Wirst du die Schuhe? Ich bin ja doch noch Tätowierer und die letzten Vlogs finde ich hat der Tattoo-Konto ein bisschen gefehlt. Ich zeig euch mal, was ich heute gemacht habe. Es sind zwei Tage ist Termin, die erste Hälfte haben wir schon mal geschafft. Der Teil kommt noch morgen. Und damit kommen wir auch schon zu einer Million Euro Frage. Was wird nicht im Vlog zu sehen sein? Ist das Antwortmöglichkeit A, das Tattoo? Antwortmöglichkeit B, das Tattoo? C, das Tattoo? Oder doch Antwortmöglichkeit D, das Tattoo? Leider falsch, es ist Antwortmöglichkeit E, das Tattoo. Da ist ein Star. Du musst ein Bild mit diesem Star hinkriegen. Verzieh dich ja. Komm schon, ich will ein Selfie mit ihm. Mach mit dem dahinter, du ziehst du ein Selfie. Das ist ich mit Ben Tetz. Geh weg, ich kenn dich nicht. Ich hätte einfach fast vergessen zu vloggen, aber Jax hat meine Kamera für mich mitgenommen. Leute, wir gehen jetzt los zum Bowlen. Ich weiß gar nicht, fahren wir mit dem Auto? Ruf mal ein bisschen, Chara! Links, links, links! Wie viel Beinfreiheit Jax einfach hat bei Chara so weit vorne. Wir sind da. We did it. Das war sogar ein Bowling-Shirt. Ich habe meinen Kugelschreiber, ich habe meinen Zettel. Wer heute zu mir gemein ist, wird aufgeschrieben. Ja, aber was passiert mit den Leuten, die aufgeschrieben sind? Ich merke mir die. Wann gehen wir nach Berlin? Was geht ab, Leute? Ey, ich bin hier gerade in Berlin. Ich bestelle mir gerade ein Taxi, um gleich zu meinem Termin hier zu fahren, wo ich unseren Mietvertrag für den Laden hier unterschreibe. Der neue Laden hier in Berlin wird in der Gipsstraße 15 sein. Es ist so eine geile Adresse. Es ist direkt hier in der Mitte. Ich werde auf jeden Fall den Sommer hier verbringen. Heute Abend geht es dann noch auf das Ola-Cala-Event von Nico und Tim. Da bin ich auch sehr gespannt. Was ist denn crazy hier? Das ist nicht das Tattoo-Studio? Wow, wir sind hier in der Galerie Kiken, der Galerie unserer Vermieterin. Schaut euch das an, ey. Was ist denn? Das ist so schön hier. Ich bin aufgeregt. Alright. Wir haben es gemietet. Wir haben es gemietet. And it's gone. Oh shit. Leute, ich bin einfach zu klassisch. Ich führe einfach. AJ, ich führe einfach. Was sagst du dazu? Das war eine Gruppenarbeit, glaube ich. Jeder hat mal eingesprungen. Das war alles dooflich. Amon, was sagst du dazu, dass ich führe? Ich erzähle den Leuten lieber nicht, wie das zustande gekommen ist. Ich habe ein Stück Pizza von hier hinten für dich geworfen und habe alle abgeräumt. Ich führe nämlich, deswegen musst du auf mich hören, was ich sage. Seit wann führst du? Mary, 94. Das ist krass, ne? Ich bin übel gut, oder? Seit wann bist du denn so gut? Ja, ich werfe ja Scheune sehr gut. Nein! Was sagst du dazu, dass ich führe? Dass du übst, oder? Ich bin sehr stolz auf dich. Ja, gerne, danke. Du bist das erste Mal Bowling spielen, oder? Kannst du mir ein bisschen was beitragen? Natürlich. Wie? Wie wirfst du's? Du nimmst den Ball so in die Hand und dann machst du's so. Oha! Ich bin einfach zu krass, was euch macht. Ich glaube, das ist längst vorbei. Hey, Jax, hast du eigentlich mal League of Legends gespielt? Ja. Hast du dann Jax gespielt? No! No! Ich bin mir dafür bekannt, dass er echt gut ist. Guck mal, er macht schon ein Warm-Up hier. Okay, okay, okay. Oh, hi, es geht ab. Ja, alles klar. Habt ihr Spaß? Wie gefällt euch der Vlog so weit? Erzählt mal. Lasst mal einen Kommentar da. Verbesserungsvorschläge. Habt ihr eigentlich schon abonniert? Wenn nein, was ist los mit dir? Ja. 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 Ja.